Aber hier gleich wieder drauf, damit hier keiner drankommt, rate ich immer die Schutzgitter immer drauf zu lassen. Wenn ihr irgendwie Kinder, Katzen, Hunde oder eine Putzfrau habt, die vielleicht irgendwie mit dem Staubsauger ein bisschen schneller um die Ecke kommt und ihr sowas auf dem Boden stehen habt, immer die Schutzgitter drauf, weil wenn die Kalotte kaputt ist, dann ist auch der Lautsprecher kaputt. Nicht mehr hört sich dann nicht mehr so schön an, klingt dann nicht mehr so schön. Das ist sehr leise, das ist wirklich sehr leise, die Musik. Aber wie ihr hört, der Bass ist unheimlich tief und unheimlich präsent. Obwohl, wenn ich gleich ausmache, die Kamera, werde ich auch mal meine Mitbewohner hier oben und unten ein bisschen wach machen. Bis dann, tschüss.